Sie sind in Koblenz auf der Suche nach einem neuen Standort für Ihre logistischen Aktivitäten oder Produktion? Dann habe ich hier die perfekte Lösung für Sie. Herzlich willkommen in unserem Logistikzentrum im Industriepark A61 am GVZ in Koblenz. Gute Verbindungen sind wichtig in der Logistik. Unsere Immobilie ist in exponierter Lage optimal angebunden an das Autobahnkreuz Koblenz A61-A48. Die Bahnstrecken entlang Rhein und Mosel, die Cargo-Flughäfen Frankfurt und Köln sowie den Schifffahrtsweg. Mein Name ist Elena Danes. Ich verantworte die Vermarktung im Hause Goodman und freue mich, Ihnen heute die Unit 1 unserer Multitenant-Anlage zu zeigen. Die Immobilie wurde im September 2019 fertiggestellt und seitdem von führenden Unternehmen der Logistikbranche genutzt. Nach fünf Jahren bietet sich jetzt erstmals wieder die Gelegenheit, sich hier anzusiedeln. Ab Mitte September 2024 stehen Ihnen hier ca. 8000 Quadratmeter Hallen- und Mesaninfläche zur Verfügung. Mit ca. 640 Quadratmetern auf zwei Ebenen bietet unsere Immobilie ausreichend Büro- und Sozialflächen und ist mit einem 24-7-Betrieb ideal geeignet für Ihre Logistikaktivitäten. Die Bodentraglast in der Halle beträgt 5 Tonnen pro Quadratmeter. Die Dämmung der Fassade und des Dachs sind gemäß Energieeinsparverordnung ausgeführt. Die Halle verfügt über sechs Überladebrücken inklusive einem Jumbo-Tor sowie einem ebenerdigen Tor und bietet somit beste Anlieferungsmöglichkeiten. 35 Pkw-Stellplätze und drei Lkw-Stellplätze sorgen für einen reibungslosen Verkehrsablauf. Hier befinden wir uns auf der 740 Quadratmeter großen Lagermelsanin mit einer Palettenübergabestation und dem Blick auf die 7200 Quadratmeter Hallenfläche. Mit einer großzügigen lichten Hallenhöhe von 12 Metern bietet unsere Halle ausreichend Lagermöglichkeiten auch in der Höhe. Die gesamte Hallenfläche verfügt über eine Sprinkleranlage und wurde gemäß FM Global mit ESFR-Deckensprinklerung ausgeführt. Durch Smart Metering haben Sie die Möglichkeit, ein effizientes Energiemanagement zu betreiben und Ihre Kosten und Verbräuche zu optimieren. In diesem Jahr haben wir eine leistungsfähige PV-Anlage mit 1 MW Peak auf der Dachfläche installiert. Der daraus gewonnene Strom kann von Ihnen als unser neuer Kunde abgenommen werden. Überschüssige Energie wird in das öffentliche Netz eingespeist. Dank dieser Ausstattung in Sachen Nachhaltigkeit erhielt unser Koblenz Logistikzentrum die DGNB Gold Zertifizierung. Ich hoffe, Ihr Interesse heute geweckt zu haben und freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Vielen Dank für's Zuschauen.